Hallo Leute, Max und Felix sind schon ganz wild drauf aus den Fängen von Mustachio zu entkommen und dazu begrüße ich euch bei Part 9 von Let's Replay Max, The Curse of Brotherhood. Und ich glaube zwar, dass wir das hier schon im letzten Part mal gemacht haben. Kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Bass! Yes! Oha! Okay, da habe ich wohl den falschen Fehler gemacht. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht, der arme Felix. Sorry. Also dann nochmal. Ich mache den hier mal weg. Nee. Habe ich das im letzten Part wirklich um so viel besser hingekriegt, scheinbar? Vaporized. Was ist denn das hier für ein Hebel? Ah, das ist gar kein Hebel. Okay. Schwupps und so. Okay, ich hoffe, dass das gut geht. Ja, ich glaube, das hatten wir im letzten Part schon. Ging nicht anders, Felix. Sorry. Und weiter schieben wir. Hält die für mich. Schiebung, Schiebung. Okay. Felix, ich hoffe, du bist explosionssicher. Äh, okay. Aha. Ohohoho. Okay. Also er trifft uns mal nicht. Das ist ganz nett von ihm. Ne? Oh. Das geht nicht nach oben. Ich schieße aber mal zurück. Ach, hey. Okay. Also ich muss diesen Ast hier nach oben befördern. Äh. Wie soll denn das gehen? Und wenn ich da rausgehe, dann sind es natürlich schlagartig zwei, die Bomben nach mir werfen. Okay. Geht das? Das sieht gut aus, Leute. Take that. Und schon wirft hier keiner mehr Bomben. So, ich denke mal, wir müssen nach rechts, Felix. Upsala. So. Ah. Okay, verstanden. Wir müssen das jetzt hier, den Ast hier wachsen lassen. Felix, bleib mal da. Bleib mal da. Wir müssen den Ast hier wachsen lassen, damit der Felix hier eine Rampe hat. Jawohl. Äh. Was war das jetzt gerade? Da waren gerade irgendwelche unkonstruierten Kollisionen. Aha. So, Felix. Und jetzt? Oh. 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 Hält er. Okay. Oh. Oh. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Ja, ja. Man gewöhnt sich dran, Felix. Man gewöhnt sich dran. Okay. Halt. Nein. Jawohl. Okay. Ich glaube, das sind harte Zeiten für den guten Felix. Okay. Also, ich habe das Gefühl, wir müssen dich hier. Geht das? Ja, das geht. Okay. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Felix hier hochkatapultieren müssen. Dann mit der Liane auf den Ast schwingen, damit dieser Rambock ihn hier rein befördert. Felix, es tut mir ja so leid. Ah, Mist. Jetzt aber. Oh, no. Nochmal. Ah, falsch. Sorry, Felix. Nochmal. Oh. Ja, fast. 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 Oh, ich glaube, das sieht gut aus. Wham. Jawohl, Felix. Oh. Shit. Ach, das habe ich jetzt nicht bedacht gehabt. Okay, das war zu steil. Nee, das ist zu flach. Jetzt aber. So dürfte es doch funktionieren, oder? Na. Ich hoffe, dass das so geht. Okay, Felix. Du bist wieder dran. Ah. Sorry, Felix. Felix. Na. Schieb ihn. Was ist los hier? Nein, nein, nein. Unseren Bruder schieben wir. Oh, oder so. Das war jetzt Glück im Unglück. Wham. So. Ah. Wir hätten warten müssen, bis das hier zugeht. Sorry, Felix. Ah, und es wird hier eine hübsche Leiter für uns ausgefahren. Auch schön. Jawohl. 6-3. Tod. Durch Lava. Nicht gut. Gehen wir noch weiter? Ich würde dir bedanken, für deine Hilfe, Max. Hahaha. Ich sehe dich nie. Ah. Bitte. Oh no, Leute. Das habe ich jetzt nicht gerafft. Okay. Aber jetzt einfach zu langsam. Okay. Ab, ab. Okay, Glück gehabt. Boah, Leute. Ist das alles knapp. Ah. Erst die Jane. Das ist nicht immer gut, wenn man groß ist, großer. Und das ist nicht immer groß. Okay. Mustache und Felix. Über Lava, Leute. Über Lava. Dort kann ich was anheben. Komm her, komm her, komm her! Okay. Das ist die Terminator 2 Szene. Das war definitiv die Terminator 2 Szene. Als der T-1000 untergeht. Ja, der T-1000 war das, genau. Ast rein. Genau, ab, 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 ab. Oh, oh, oh. So. Hoch mit dir! Ah, da geht's weiter. Oh, 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 oh. Hoch mit dir! Oh, 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 oh. Shit. Ich hätte die Liane anders montieren sollen, anders heraufbeschwören sollen. Wow, Leute. Ja, ich versuch's ja, Felix. Mach, mach, oh, der Stift reagiert nicht, sorry. Das ist ja übel, Leute, der Stift reagiert nicht. Ah, ja. Jetzt hat er überreagiert. Wie so oft. Gut gehabt. Das ist heftig, Leute. Die Stelle ist richtig heftig. Stift. Ach so. Kann das sein, dass vorhin die Zeitliebe nicht war? Das kann sehr gut sein. Oh, jetzt hat er mich nicht ranlassen mit dem Stick. Äh, ja. Äh, nein. Jetzt ist es toll, dass es schön flüssig ist. Das Spiel aber, er visiert immer... ...immer den falschen, ähm... ...den falschen... ...spot an. Oh, ein normales Seil. Lauf, Max. Ja, mein Bestes. Okay. Und jetzt? Äh, äh. 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 Ich glaub, das war gut, oder? 7-1. Der Turm. Oh, Leute. Das ist jetzt schon heftig, alles. Oh, was für eine schöne Brücke. Ich halt nach links. No. No, 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 no. Lauf, Max. Lauf, lauf. Max, wir sind hier. Ja. 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 Oh. Okay, vor der Lauer sind wir sicher, aber... Oh, shit. Okay. Okay. Das ist mies, Leute. Das ist mies. Ja, wenn man... Äh, wie soll denn das gehen, bitte? Oh, da kann ich das gar nicht abtrennen, äh, von der Zeit her? Muss ich die Liane einfach anders herauf beschwören? Ah, so ist die Lösung. Okay. Ah, so ist die Lösung. Wir kommen, hier kann ich mal nach oben. Okay. 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 Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass mir das so mal lieber ist. Kann ich das jetzt so machen? Ist das... Ah, das ist ein zweistufiges Konzept. Oh, no. Ah, nee, Ben. Shit. Boah, ist das mies. Das... Das Ding wird... Der Stift ist gerade ziemlich unbequem. Kann das sein, dass ich jetzt hier... Nicht mit uns. Kommt jetzt da keiner mehr? Nee. Oh, oh. Ah, ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass er sich selber auslockt. Kann das sein? Kann das sein? Das heißt, du musst jetzt hier den richtigen Winkel finden. Fast. Kann ich ihm irgendwie... Nein, 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 nein. Weg, weg, fehle. Weg, weg, weg. So ein Idiot. Jetzt kriecht er da weg. Ah, jetzt aber. Komm, bleib. Das war jetzt nicht fair. Kullert der einfach wieder runter. Nochmal versuchen? Nee. Das heißt, er reagiert unterschiedlich, je nachdem, wo Max steht und wie der Ast ist. Hm. Na komm, hier. Ah, besser. Viel besser. Bäm. Jawohl. Jawohl. Wüff. Wüff. So. Nicht nett. Verlässliche Lava. Verlässliche Lava. Was den Rhythmus anbelangt. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Oh, no. Das Seil reißt auch noch ab. Okay. Auf Feuer folgt Wasser. Ich mach' ich mal wieder weg, damit ich sauber schwingen kann. Okay, Leute. Warte. Mhm. Oh, oh. Nee. Ich glaube Ich muss hier sowas bauen. Wir schwingen noch einmal lieber einmal noch mal durch. Jawohl. So Leute. Vor dieser Mustachostatue verlassen wir nun Max und unterstützen ihn dann im nächsten Part bei seiner Rettungsaktion seines Bruder Felix. Ich bin gespannt was wir in diesem Let's Replay alles noch für Parts bekommen werden. Ich glaube viele werden es nicht mehr sein. Also bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.